Ich bin der Hermann Knapp, wohne in Vegelsberg. Ich bewirtschafte mit meiner Familie im Ballwingerhof. Wir haben ca. 25 Milchkirchen und gleich viel Jungvieh. Im Sommer bin ich mit meiner Frau auf der Alm, das ganze Viech auf der Alm. Ich liefere die Stierkalbe schon Jahrzehnte lang zum Schwenninger. Erwin hat da Handschlagqualität und das Tierwohl steht an oberster Stelle. Ich muss sagen, wir sind froh, dass wir so eine Firma im Tieralter haben. Die Firma Schwenninger gibt es eigentlich schon seit 40 Jahren, wo sie wöchentlich die Kälberübernahme machen. Da hat sich eigentlich das Vertrauen bei den Bauern eingespielt, dass sie jeden Montag 52 Mal im Jahr die Kälber anliefern können. Die Kälber müssen mindestens 14 Tage alt sein und einen sehr gesunden und stabilen Eindruck machen. Es werden jeden Montag ungefähr zwischen 100 und 250 Kälber angeliefert und wenn die Anlieferung fertig ist, selektieren wir die Kälber nach Milchrasse oder Fleischigkeit. Der Viehhandel ist ein Beruf, den man mit Liebe und Leidenschaft machen muss und das Wichtigste ist mit Handschlagqualität. Von der Luftforsitzung ist ein Beruf, der sich in der Luftforsitzung. Von der Luftforsitzung ist ein Beruf, der sich über die Kälber befindet. Von der Luftforsitzung ist ein Beruf.